Wenn ich läuft, kannst du hart noch Techno-Mucke, und das Lied geht noch eine Stunde lang. Vor allem, ich finde es gut, dass du es als Lied bezeichnest. WTF, Jack, stopp' in? Das Lied heißt Best Gaming Mix 2016. Das ist nicht mal so schlecht. Was ist das, von YouTube oder so? Ja, no copyright music. Nein, no copyright sounds, sorry. Oh, Jacks Gold 2. Zum Glück ist der weit weg. Warum bist du auf meiner Lane? Ich hab doch gerade eben schon gegen alle Liga drücken müssen. Oh Gott. Kevin, kannst du vielleicht Blue, Red und dann Bot ganken? Geht das direkt? Bestimmt. Also stopp' nicht, dass ich gewinne werde. So ein 1-0-Lied für Twitch wäre gar nicht so schlecht. Wir sind nur leider auf der falschen Seite, Marvin. Ja, dann nicht. Dann kenne ich halt top. Ja. Oder ich mach halt erst, oder ich starte mit dem Red und dann gehe ich zum Blue und dann komme ich runter. Mega, Liede Wild. Du darfst halt nicht pushen. Ja, das ist nicht sehr schwierig. Stille bedeutet nicht Frieden, sondern Tone. Was hast du vor da oben? Ich wollte eigentlich Buschcamp-Version spielen, aber... Direkt mal rein und... Wow, hier ist Camille. Hier ist Camille. Ich gehör. Ich gehör. Danke. Let's poke Flash full engage from the Jax. Gute Idee. Der Jax, der zu mir kommt. Gute Idee. Hm? Null Dex hat Flash raus Ah! Schade, da war die Kamele Achtung, ich geh rum runter Nein! Schade, sowohl Kamele als auch Dings waren Ja, ich konnte die leider nicht ran springen Ich hatte nicht genug range Wow! Wow! Done Ja man Merci Danke Soll man fast Dragon machen schnell? Oh ja, cool Du hast ja Buffs sogar Ich hab den Jax in Auto Attack gerade übersiegt Ich hab den Jax in Auto Attack gerade übersiegt Jetzt war's richtig Whirlp Ja war's so richtig Zwei Kills und den besten Dragon von allen So, jetzt darf ich jetzt reingehen? Oh, ich warte kurz auf 30 Gold Ja Aber dumm, dass die auf mich engaged sind auch nochmal Ja, ich meinte, der hatte dich halt an der Angel Ich glaub, hätte ich ja auch gemacht, da ist da noch eine drauf, aber Warte mal ein bisschen Lasten auf, Gott, das geht ja gar nicht Ich hab nicht so viel Ach, oh, viel ist sogar mal im Kümmel Good Job Achtung, kommen. Ja. Nein, nein, nein. Egal. Einer. 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 Good one. Heute ist okay. Ja, manchmal fallen mir allerdings auch jetzt auch wieder, warum geht die Pompus so hart rein? Ja, habe ich mich auch gefragt, aber ich dachte. Also ich mein es ist okay, kann ruhig sterben gehen, aber. Boah, sie ganz kurz Nein Nein Ah, ich glaube, wir gehen kurz back, oder? Wobei, im Gold geht schon Ich hatte den Finger auch viel, also ich hätte er nicht geheilt Ich habe nur tot gewartet, bis der Auto-Attack vom Ding kommt Alter Ah, ich glaube, ich gehe jetzt wirklich erstmal zurück Ja, die Kamil war auf Bord, die kommt bestimmt mit Ernsthaft Ja, ernsthaft Jawoll Mann Läuft er in deinen Pilz rein, wie dieses Fetzling-Dings da Der hat mich jetzt noch gekillt, ich gehe raged Uh, da kommt Kamil Naja, vor 10 Sekunden schon Bei mir ist Chameleon Kommen wir runter, Sion Ja, ja, ja Ah, fack, okay, die ist weg Egal, passt Na Bord wem viel, glaube ich Fah, mal live, das war dämlich, das war dämlich Oh Gott, egal, er hat geflasht Oh, ich habe einen Outmutter Oh, ich habe einen Outmutter Ja, okay Wieder hoch Nice Ah, der ist hoch Ach, schade Mann K-k-k-k Ich diene der Natur, jetzt zum Flitterenden Ich diene der Natur, jetzt zum Flitterenden Ja, wenn der jetzt schon wieder weg hat Ich boahle den nur mit Puck Alter, bin ich scheiße Alter, bin ich scheiße Alter, bin ich scheiße Achso, ein Chamele ist bei euch unten Achso, ein Chamele ist bei euch unten Ja, aber wir sind quasi Tower Code Ich hätte Ulti Dann hätten beide Ulti Kommt mal hier in den Fluss rein Achso, ich habe Müll Achso, oh fuck, okay, bleib weg Also wir können schon mal, ich habe eine Ulti Die sind hier noch Level 5 Komm, hol die bevor die 6 werden Oh Ja, hier ist ab mit Kamele Lauf weg Armin, lauf Na ja Es war blöd Gehst du drauf? Gehst du drauf? Ich komme da nicht hinterher Halt, du kommst da nicht hinterher, was ist das für eine Ausrede Ja, aber ich sehe schon, ich komme da nicht hinterher Ja, aber ich sehe schon, ich komme da nicht hinterher Ist eigentlich okay, so nach 11,5 Minuten He Oh, schon wieder ein Helden Drachen Ich werde doch gerade vorbeiläuschen Achso, da kommt nix Machen wir ihn einfach draufhauen Zwei Helldrakes ist natürlich schön Warjump Warjump Unwult rauszunehmen He 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 Woll Blood Damage Ich glaube da war minimum 1,50er Crit dabei He he Ich bin hier nicht mehr Oh Oh Pst Seine Lebensblüte verbringt sich Oh Komm wir laufen Matt Macht keinen Sinn hier Fantastisch, wie ein Zucken unter den Rindern. Ich darf nicht. Ich darf nicht. Ich darf nicht. Hehehehe. Boom, motherfucker. Genau, gut dabei. Hehehehe. 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 6 ist weg. Äh, macht er höher? Ich bin jetzt raus. So, ich bin hier. Ich bin dabei. Komm danach mal kurz auf die Top. Ja. Ja. Ich hab, äh... ...liegst du in der Sekunden-Mold. Ja. 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 BABOOM NICE 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 Ja. So. 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 Oh. Ah. Bäh, 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 bäh. Achtung, ihr betreut's nicht, der killt dich dann gleich. Jo, egal. Kannst du dir noch zwei holen? Kriegst du das? Ah, schade. Das ist ja halt scheiße. Mein Problem ist halt scheißegal, ob ich im Front bin oder nicht, der kann mich halt jederzeit feiern. Ich kann sogar tauschen. Willst du tauschen wieder? Muss ich nur sagen. Nein, 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 nein. Ich kann ja oben ihn halten. Oh. Oh, sorry. Bot, ja. Ich muss nur gucken, dass ich jetzt nicht die ganze Zeit, indem ich mich positioniere. Ich mein, ich bin grad nur verreckt, weil ich mich hart demonisch positioniert habe. Ja. Ach du, da kommen Kamille auch zu euch runter. Und Jacks wahrscheinlich auch. Du, du willst den beiden? Also wenn, dann auf die Kamille, ne? Also ich bin auch unten. Holt die Maus ja auch schon an. Ja, dann gehen wir drauf. Ja, dann gehen wir drauf. Ja, dann gehen wir drauf. Na, wir wollen die drauf? Wie schnell machst du Damage? Alter, der ist drei Hits. Down. Okay, ich drauf. Ja, aber auf die MF, ne? Weg. Was? Ich glaub, ich hab da nicht mehr drauf gehauen, die ist einfach nur gestorben. Du fragst ja nicht Anstatt. Ja, ich wollt nicht so lange denken. Ja, ich wollt nicht so lange denken. Wie viel Damage ich mach? Ja, wir machen einen Tower. Wenn die, wenn die Kamille gleich wieder reingeht, dann geh ich sofort auf die Kamille drauf. Okay, können wir mal mitleihen noch? Ich geh, das reicht. Oder drängen. Ja, drängen. Ja, drängen. Ich will noch gerne kurz den Weg davor, damit der Turm vielleicht nicht unbedingt fällt. Das können wir machen. Ja, ich will ja gar nicht sagen. Ja, oh mein Herr. Schasse, cancel eins. Ach ja. Wie gesagt, wenn du oben tauschen willst, sag einfach. Ja, ne, ist ja, ist okay. Wenn die runterkommen, geh ich auf die drauf, sag ich aber gleich. Auf die MF, oder? Ne, du weißt es auch kurz, als würde Kamille und so runterkommen. So, ne. Oh komm, lass mal in die Mitte gehen, da ist bisschen Action. Da krieg ich bestimmt noch mal nen Kill. Ah, ich lass den euch nicht drauf gehen. Ja, du brauchst ihn auch nicht. Ja, Lauren, bauern, mach. Ja. Uh, eigentlich schon. Ja. Ja. Ja, komm, lass dran machen. Entspannen wir mit dem Zaujungen, oder soll ich direkt schon runterkommen? Ich glaube bis in 20 Sekunden ist das ja alles sauber geworden, da geht gar nichts. Giraffen, die Nice und das auch gar nicht, das wäre die... Ja wenn ich das hinterkommen würde, wollen die was merken. So danach in die Mitte gehen, ja dann in die Mitte. Okay wir sind nicht bei... Ja, ist mir wurscht. Jetzt hat er ein paar Kills, ist dir egal. Also ich nehme die Miss Fortune und den Fresh alleine raus. Sollen wir am nächsten Mal noch vielleicht. Na vielleicht nicht. Soll ich die Mitte runterladen? Die Checks macht ein bisschen Damage, oder? Ja. Let's go! Achtung bei mir, kommen wir runter, so langsam. Die Ult habe ich mega gefailt. Ich wollte eigentlich auf den ADC gehen. Da kam mir schon raus jetzt. Sorry! Ach, shit. Wo war denn mein Sack? Null! So dumm. Ach du scheiße. Ich kann das mal einkaufen. Ich habe auch schon wieder 3000 Gold. Ich bin hier doch noch einmal gestorben, ich Noob. Können wir auch schon zweimal draufklicken. Also eins kann ich schon mal ankündigen. Maokai wird auch gleich mal markiert für Ranked. Tiff. Ich finde eben seine Ulti ist viel cooler als die von früher. Brutal. Na die ist schön Alter, die kann halt auch echt volle Bewegung gehen. Die ist halt recht langsam. Aber wenn sie halt trifft, massen es dann auf alle. Jacks ist ein bisschen? Ernsthaft? Ernsthaft? Ich habe es vorhin beim Red geschafft, dass der Red nur noch einen Lebenspunkt hatte. Und jetzt beim Blue auch wieder. Du bekommst die schon von nicht. Was? Was? Kellen, komm hol den Teams, den Jacks, bevor er jetzt ihn hier alle holt. Oh, kommst du nicht weg. Ah, zum Beispiel jetzt ist mein Ulti daneben gegangen. Puscht nüt, ich geh gleich fort. Okay, ich hab gehört da nicht damit. Boah! Oder ne, mein Scheißdruck! Ich bin eh nur die Stoffel. Ich glaub, die beraten es nicht, dass ich wilde sterbe. Ah, kann man mit ihren Kackslau. Oh, ich glaub ein Teleport auf Bot. Oh ne. Hm. 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 Ja. Ja. Ja, ich warte. Ja, da ist er schon, guck. Ich glaub, der will nicht. Null. Soll ich noch mal durch den Tower gehen? Einfach durchlaufen durch die Tower. Okay. Das ist was Gute, wenn man zwei Tanks hat. Oder am besten hier nochmal. Ich mach zumindest damage dafür. Ich auch. Scheiß drauf. Wir sind zwei Tanks. Ja, Achtung, das ist Victor. Nee, doch egal. Stellt ihr noch Weite drauf auf, wenn ich tot bin. Also. Jetzt kommt das Behinderten. Hol dir den Victor. Ich hab den doch. Ah, shit. Ich hab alles, was ich wollte. Ja. Ah. Was? Oh Mann, ich hab auch schon so in das Minion eingeklickt. Ja. Super geil geworden. Ah, du wohnen grad übel, Chef. Ich bring den Trigg auch noch. Ah, das war jetzt nicht so gut. Nee. Ich glaub, ich soll uns langsam konzentrieren. Ey, dafür haben wir den Tower. Sie ist Putin. Nee, wir müssen gucken. Einfach halt. Ja, jetzt einfach mal. Nicht, dass wir jetzt hier in Höhenflüge. Naja, wir trugen grad schon richtig. Ah, der checkt halt auch seine neuen Kills. Ja, ja. Naja, das war grad nicht mein Fähl. Ich hab aus Versehen das Minion angeklippt. Mal gucken, ob ich dann... Ich hab das leider nicht ready. Guck mal, ob ich da... Ja, Bratau ist eh weg, Kevin. Ehrlich? Ich mein, deswegen Dragon. Ob ich da noch rechtzeitig hinkommen. Glaub nicht, dass es... Ja, gut. Das ist schon ein Monster und so. Da hab ich wohl etwas übersehen. Shit. Geil. Grad richtig dumm, leider. Klick ich aus Versehen auf das Minion. Oh! Die ist noch hier. Ne, bin auch gleich da. Aber check's aber auch. Achtung. Keine Frage. Wenn ich tot bin, bin ich immer fließvoller als sonst. Oh, ihr glaubt, du 2 gegen 5 warst. Ja. Mach mal noch was jetzt. Guck mal durch. Na, also wir müssen uns echt langsam zusammenfokusten, sonst bringt gar nichts mehr. Das ist ein Thrombus Game, glaub ich, echt noch. Dafür macht's fun. Oh ne. Na jetzt grad nicht mehr. Ach. Scheiß drauf. Ich kotze ab. Das Einzige, was ich schon mal gut bin, ist sterben. Und das ist das Einzige, was ich machen soll. Naja, das Problem ist halt, das Verkacken ist halt schon dumm. Und jetzt geht der S. Dings auch nochmal rein, alleine der Echo. Na, jetzt ist Baron auch weg. Na, fuck. So. Schleller jetzt. Also jetzt nur noch zusammenlaufen, keiner mehr einzeln. Mach echt keinen Sinn. Wir machen Baron. Ja, ich kann's nix machen. Okay. Ich glaub nicht den Feind. Ist das was? Na, dann bin ich da. Die kommen von Baroness. Null. Egal. Deutsch, kannst du noch ganz kurz warten? Wegen Erfahrung? Na. Ja. Ähm. Wo willst du denn? Wir warten gucken, was ich fand. Ne. Warten. Wegen Erfahrung. Achso. Warten. Ne, ich hab ja eigentlich gewartet. Ja. Ich wollte nur hier nebenstellen dann den XP aufsaugen. Oh, Marvin. Komm, geh doch drauf. Nein, wir sind noch zu kurz. Äh. Wuuu. Oh. Okay, der macht doch ein bisschen mehr Schaden als Gitter. Dann mal gucken, wo sie sind. Alle fresh. Der Jax geht auf mich gleich. Ja. Der Jax geht auf mich gleich. Ja. Ja. Finish, oder? Ich mach Q an und dann geht's ab. Ja, wir leben halt auch gleich alle wieder. Ich würde jetzt eher back gehen. Ja, ja. Dann lass back gehen. So Top- und Bot-Farmen, ne. Lu, zum Beispiel. Lu, dann komm ich mit auf Bot, dann kriegt man ein bisschen XP. So. Oh, drei Stück in der Mitte. Ja, dann komm ich mit dir. Da ist fresh. Dier Stück in der Mitte. Ja, ich glaub dann fighten wir mal, hm? Ja. Ich hab den Fokus nicht mehr. Nein. Nice ult. Groß ich bin. Ich bin großer Baum. Fälter, falter. Wieso? Oh, fuck. Jetzt hätt... Ich hätt albern Top- und Spinn sein. Ach, Sweetie laupt doch nicht weg. Dann hätt wir zwei Bäume. Ah, das geht hier, find ich nicht. Nein, die geben auch nicht. Uuuuuhhhhhh. Kurr, einen Einfluss. Schönen runter, den Rasen. Abonniert. Abonniert. Ich bin friedlich.